Der Digicorder HDS 2 Plus ist wirklich ein Ausnahmetalent. Zwei hervorragende Funktionen fallen direkt auf. Zum einen ist es ein Twin-Tuner. Sie können zwei verschiedene Fernsehsender zur gleichen Zeit verfolgen. Einmal in der Bild-in-Bild-Funktion natürlich. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, einen Kanal aufzuzeichnen und einen weiteren live zu verfolgen. Wo wird er aufgezeichnet? Das ist das zweite Highlight. Auf einer internen Festplatte. Das heißt, der Digicorder HDS 2 Plus ist ein Twin-Satelliten-Receiver mit einer eingebauten Festplatte zum direkten Aufzeichnen. Und das macht natürlich Spaß, denn wie Sie gerade hier sehen, können wir digitale Satellitenfernsehen in normaler Qualität und in HDTV empfangen. Wir können freie, unverschlüsselte Fernsehsender sehen. Dazu hat auch das Gerät die geeigneten Schnittstellen. Die zeige ich Ihnen gleich noch. Und vor allen Dingen, so wie ich jetzt hier gerade verfolge, ist es einfach schön, man verpasst nichts mehr. Und es gibt diese Festplatten auch in verschiedenen Größen, sodass Sie das Gerät wählen können. Einmal in der Kapazität 160 GB, in der Kapazität 320 GB oder sagenhafte 500 GB. Das hängt nur davon ab, wie viel Sie darauf speichern möchten. So, das erste HD läuft jetzt gerade auch schon bei uns. Ich finde das toll, diese neuen gestochenen, scharfen Fernsehsender. Fünfmal schärfer als das reguläre Fernsehen. Und mit einem Tastendruck auf unserer Komfortfernbedienung, die natürlich genauso mit zum Lieferumfang gehört, kann ich das direkt aufnehmen. Sie können zeitversetztes Fernsehen natürlich auch nutzen, das heißt Timeshift. Sie können Aufnahmen auch ganz einfach programmieren, da hier in Ruhe zum Beispiel ist direkt auf der Aufnahmeknopf. Aber viel, viel wichtiger ist dieser hier. Und zwar hat der Digicorder HDS 2 Plus natürlich auch die SIFERN Info Plus. Die drücke ich jetzt einfach einmal, denn da haben Sie auf einen Blick, ja, alle Sender im Überblick sozusagen. Alle Sender, alles was gerade aktuell läuft. Und Sie können sich in den Tagen, ja, nach vorne bewegen, bis zu sieben Tage und können so Ihren Programm in Ruhe planen und natürlich auch aufnehmen. Das heißt, ich schaue mir jetzt mal das erste HD, das Programm an mit der grünen Taste, sage Mensch, heute Abend 19.20 Uhr, das Quiz mit Jörg Pilawa möchte ich gerne aufnehmen. Drücke dann auf die rote Taste, sage neuer Festplattentimer, einmal übernehmen und schon ist die Aufnahme programmiert und Sie werden nie wieder etwas verpassen. So, danke, das gucke ich mir nachher auf jeden Fall an. So, einmal noch zurück. Ich nehme jetzt einfach mal direkt auch live auf, diese Aufnahme. Denn das Besondere bei einem Twin Tuner ist, dass ich das jetzt hier in HD-Qualität aufnehme. Jetzt schalte ich um und schaue mir jetzt auf dem ZDF HD weitere Fernsehsendungen an. Und das ist natürlich ein Komfort, das ist eine Ausstattungsqualität und die kann Ihnen halt nur der Digicorder HDS 2 Plus bieten, durch den Twin Tuner und durch die integrierte Festplatte. So, ZDF und ARD sind natürlich frei empfangbare Fernsehsender. Dahinter kann man natürlich auch die privaten Sender empfangen. Sie haben die Möglichkeiten, auch verschlüsselte Fernsehsender zu empfangen. Nur die müssen wir natürlich irgendwie entschlüsseln und da hat natürlich unser Digicorder die passenden Schnittstellen. Und die zeige ich Ihnen jetzt mal hier vorne auf dem Gerät. Und zwar vom Bedienfeld ist das ganz, ganz einfach. Sie haben hier auf der linken Seite natürlich auch schon direkt den Einschaltknopf. Das funktioniert natürlich auch über die Fernbedienung. Nochmal ein paar Bedienelemente, falls die Fernbedienung nicht verfügbar sein sollte. So, toll ist natürlich auch das Display. Man sieht hier gerade ZDF HD. Also es ist genau der Fernsehsender, der gerade auch genutzt wird. Jetzt klappe ich das hier unten einmal auf und da bieten sich jetzt die Anschlussmöglichkeiten. Fangen wir mal wieder links an. Das hier ist ein USB-Anschluss. Da können Sie einen Datenstick, eine Festplatte oder Ihre Digitalkamera anschließen, um sich die Fotos entweder direkt anzuschauen, um die Fotos hierauf zu speichern. Natürlich können Sie auch Musik hier hinterlegen, Ihre Lieblingsmusik, und können die ganz in Ruhe abspielen lassen. Und Sie haben natürlich dann die Möglichkeiten, wenn es um verschlüsselte Fernsehsender geht. Dazu hat das Gerät zwei Smartcard-Reader, das sind diese beiden schmalen Schlitze. Die unterstützen das Verschlüsselungssystem Konax. Und für weitere Verschlüsselungssysteme haben wir hier direkt zwei sogenannte Common Interfaces. Das heißt, da kommt dann das Modul mit dem neuen Verschlüsselungssystem hinein und in das Modul dann die passende Karte. Und welche Karte, welches Modul das ist, da müssen Sie dann halt Ihren TV-Anbieter fragen. ZDF-HD, gestochen, scharfe Qualität, einfach klasse. Und Technisat hat natürlich den DigiButler-Service. Die Geräte richten sich von alleine ein. Sie aktualisieren Ihre Programmlisten von alleine. Sie haben die SIFERN Info Plus natürlich hier mit drin. Und das sind Komfortmerkmale, die machen mir das Fernsehen, das Bedienen so simpel. Aber als allererstes müssen wir natürlich auch, wenn wir den DigiCorder haben, erstmal schauen, was ist mit dem Lieferumfang und wie schließe ich ihn an. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das ist jetzt mal die Variante auch in Silber. Auch natürlich in den verschiedenen Kapazitäten. Zum Lieferumfang gehört dann natürlich der DigiCorder HDS 2 Plus. Die Komfortfernbedienung natürlich auch hier in Silber. Das heißt, immer zur passenden Farbe gibt es auch die passende Fernbedienung. Richtig schön übersichtlich natürlich auch. Klar, also alles ist in Reichen hier. Ich zeige es Ihnen mal hier, einfach wirklich simpel und einfach zu bedienen. Dann haben wir weiter im Lieferumfang. Natürlich, es ist ja ein HD-Receiver. Natürlich ist das HDMI-Kabel mit dabei. Damit können Sie das Gerät dann gleich digital an Ihren Fernseher anschließen. Das Stromkabel gehört mit dazu. Die Bedienungsanleitung ist natürlich auch mit dabei. Ausführlich wird da nochmal die Benutzung beschrieben. So, jetzt schauen wir nochmal, was wir denn für Anschlussmöglichkeiten haben. Denn da werden Sie auch erstaunt sein. Ich drehe den einfach einmal um und dann schauen wir auch mal wieder von links nach rechts einfach mal, was wir alles anschließen können. So, da haben wir nämlich hier zum einen die Anschlüsse für Ihren Satelliten. Das heißt, einmal Nummer 1 und Nummer 2, denn es ist ja ein Twin-Receiver. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Gerät auch mit dem oberen Skat an einen normalen Fernseher anzuschließen. Den unteren Skat-Eingang können Sie dann zum Beispiel, wie man es hier schön sieht, für Ihren Videorekorder zum Beispiel auch benutzen. Dann haben wir noch einen Serviceanschluss. Komponente, Ausgänge sind natürlich genauso mit dabei. Genauso wie der normale Videoausgang. Das ist der HDMI-Ausgang für das digitale Bild- und Tonkabel zu Ihrem Fernsehen. Wenn es um den Ton geht, für Ihr Heimkinosystem haben wir hier den koaxialen und den optischen Ausgang. Sie haben auch eine sogenannte Netzwerkschnittstelle. Damit können Sie das Gerät natürlich mit Ihrem Computer über das Kabelnetzwerk verbinden. Optional gibt es für den USB-Anschluss hier vorne auch noch einen WLAN-Adapter. Warum das Ganze? Ganz einfach, da müssen Sie das Gerät nicht direkt verbinden, denn die Aufnahmen, die da drauf sind, können Sie dann ganz in Ruhe auf den Computer übertragen. Die Software dazu gibt es gratis natürlich von Technisat und dann kann man das dann am Computer noch bearbeiten. Man kann es natürlich auch schon im Digicorder schon zurechtschneiden und dann einfach über den Computer auf DVD brennen. Also unser Digicorder HDS 2 Plus ist ein Twin-Tuner. Er kann zwei HD-Sender natürlich empfangen, es sind zwei vollwertige HD-TV-Receiver eingebaut. Sie haben eine Festplatte mit integriert, ein einfaches Bediensystem und somit hat wirklich ein wahres Multitalent für zu Hause. Viel Spaß dabei!